Hallöchen, meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Katze! Zu einem neuen Video mit einem kleinen Gast, wie gerade schon gesagt, einer süßen kleinen Katze, die mir gerade in die Kopfhörer gebissen hat. Und ja, das ist sehr unangenehm. Also hier der süße kleine Katze, hier kleine Katze, jetzt warte. So, die hat jetzt ihren Spaß, während wir lang, lang ist es her, ein neues Video aufnehmen. Also, ich, zur Feier des Tages habe ich mir eben gerade ein Game-Gegendnamens, den Namen vergessen. Human oder so, was ich auch gerade im Hintergrund ja schon sehe, dass ich habe gerade viel geklickt und runtergefallen. Ja, warum steht es irgendwo, da, jetzt übernimmt eine Weile, da müsste ich los. Ja, da dachte ich mir, sagen wir das einfach mal an. Okay, ich bin aufgekommen. Ich liebe so eine Games, wo man einfach rumkrebelt. B-H-S-D zum Gehen, ja, das ist halt normal irgendwie. Bei fast allen Spielern so. L-M-T oder... Ach, linke Maustaste oder rechte Maustaste. Was ist das? Hä? Scheiße, Tutorial. Weg! Ich will kein Tutorial sehen! Hier. Ohne Tutorial. Ghetto. Ghetto. Ach so, ich hab mich doch. Ich will treffen! Ungewöde Tuchzehen. Ja, Mann! Boah, das ist einfach, das tue ein. Mehr Fernbedienung? Wollen wir nicht. Zwei Knüppel. Knüppel ist knüppel. Müssten wir schaffen. Ghetto. Ghetto. Ghetto! Ghetto! Ich treff den nicht. Okay, haben. Macht Spaß mit jetzt. Alter, pisst der da hin? What the fuck? Was macht der? Ja, bis dahin? Ja. Die Statue. Bis dahin? So ein Springbrunnen würde ich auch haben. Galoppieren wir. Hör doch. Oho. Zwei Knöpfe. Und ein Wagelrechter vor. Das muss man... Das muss man sich erstmal gönnen. Ich will den Knopf drücken. Knopf. 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 Analyse Bank Bank Eisenbahn Gewächshaus oder so Müllcontainer Ich liebe es wieder Was mach ich? Natürlich Wie setze ich mich auf die Bank Doch so viel Funktion Will ich Nein ich hab mich perfekt Hingelöst Oh ne Lampe Die will ich haben Ich will die Dreckslampe haben Hab sie Ich hab sie Alter die passt perfekt Ich bin zu meiner Dance Show Nein Nein Ich bin einfach halt Ja das mach ich doch mit mir Und mit dir Okay Okay Ich hätte es nicht eingehen hier rumzulassen Und mit dir Schaut schaute das Papier bin ich denneinis Ghetto das video hier mit uns katz meine katze passt auf Nein, nicht blieb! Hier ist meine kleine süße Mieti-Kotter und die wird das Video jetzt mitbeenden. Vieles! Ja, 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 sie will nicht. Nicht der Grund. Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal! Das Video ist jetzt seit langer Zeit wieder endlich mal eins online bekommen, ich weiß. Ich versuch, hab ich das letzte Mal auch gesagt, aber ich versuch mich in nächster Zeit zu bessern und mehr Videos hochzuladen. Aber, versprechen kann ich nichts. Nicht wie das ist. Okay, machen wir das nächste Mal weiter. Ciao! Hatja!